Hallo, herzlich willkommen zurück bei Epistory Typing Chronicles. Es geht weiter. Ja, es geht weiter. Wir waren jetzt hier in dieser komischen Goldwelt und... Ich hab keine Ahnung, was das für eine Macht ist, die uns da später zur Verfügung steht. Ja, sie stand unter einer Himmelsstadt zwischen ihren Wurzeln aus Eisen und Stahl. Feuer. Feuer. Äh... Euk. Und wir legen hier ganz normal los, so wie wir es kennen. Grillen. Aha. Okay. Aber die Stadt verfehlt in Krost und Ruinen. Was nicht so cool ist für die City, ne? Devastatiert durch die Wurzeln der Wurzeln. Hoppala. Ah! Die kann ich noch nicht angreifen. Hilfe! Oh, 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 oh. Ja, 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 so sollte das natürlich nicht laufen. Normale Gegner. Da muss ich wohl hier ein bisschen aufpassen. Wir gehen einfach mal ja jetzt woanders entlang. Ach, hier gibt's gar nichts anderes. Na gut. Oder gab's hier irgendetwas für mich? Na gut, dann werden wir hier unten noch nichts machen, sondern uns schleunigst auf den Weg machen. Alt-Metal. Uiuiui, ich bin heute noch nicht gut im Tippen, merke ich gerade. Dann werde ich aber bestimmt relativ schnell die neue Macht bekommen, nicht wahr? Wenn hier Gegner sind, die ich noch nicht besiegen kann und die mich sonst plätten würden. Das ist ja wirklich seltsam hier, oder? Es gab viel für sie zu lernen. Oh! Nicht aufgepasst. Jetzt hätte es mich fast erwischt. Wo ist die neue Macht? Malo! Mein Timer läuft ab. Schade. Kybernetik. Moment. Aus. Tau. Ne, 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 ne. Nicht mit mir, Freunde. Ich hab schon Schlachten gefochten. Da würdet ihr nicht mal von träumen. Alles hier war so groß, so kalt. Entschuldigung. Hi, ich bin verloren. Hallo? Wie kann sie mit dem Fuchs überleben? Wie kann sie mit dem Fuchs überleben? Ja, da ist es. Blitz in einer Flasche. Ach, das ist Blitz. Ach, das andere ist Sturm. Na klar, das ist Elektrik. Blitz. Bst. Yeah, Baby. Blitzmagie wird auf ein nahes Insekt weiterspringen. Sehr gut. Müssen wir aber schon sehr nah sein, offenbar, oder? Die Stadt begann zu erwachen, auf ihrem Touch. Hä? Ach, jetzt hab ich's zugemacht? Der Blitz springt... Sie können es heilen. Ach so, verstehe. Aufs letzte Wort springt es nicht über. Ja, vielleicht schaffe ich damit die anderen Sachen besser, ne? Ach ja. Nicht nachgedacht. Jetzt gehen wir erstmal woanders lang. Ist ja auch wieder eine ziemlich große Welt hier, ne? Kann das sein? Ah, hier kann ich gar nicht weiter. Da waren ja noch andere Worte. Okay. Oh nein, jetzt kann man sich hier noch beamen. Da ist man ja völlig, äh, verwirrt. Ach du, Liebes, lies mehrere Ebenen. Na? Hab ich das alles so hinbekommen? Anspruchsvolles Spielchen, meine Freunde. Sie hat hier nicht wirklich geholfen. Was? Sie... Non-Gas. Was ist das denn für ein Wort? Bitte. Ein Fragment. Das ist ja ein wirklicher Ulk. Ego-Hut. Oh no. Ach, hier muss ich lang. Systematik. Aktiv. Und Faraday. Hallo. Ach so. Faraday-Schack-Häfig. Oh no. Hä? I don't get it, Leute. Wie komme ich jetzt da hin? Hallo. Wie schaffe ich das denn jetzt hier? Ich käme zwar jetzt hier hin. Ah. Gecheckt. Perfekto. Also noch Rätsel oder was? Muss ich noch rätseln? Hallo. So, jetzt geht's aber weiter, oder? Ne, immer noch nicht. Dude. What's this? Oh man, ey. Gibt's hier noch was anderes? Ja, hier geht's noch weiter. Uiub. Ja, dann gucken wir doch mal, wo's hier oben weitergeht. Gut. Ich hab Laternen angemacht. Ich würd sagen, ich hab einfach mal nur Punkte gesammelt hier oben, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht, aber ich muss ja auch hier hinten durchkommen, ne? Von da oben kam ich. Die Dinger sind gut, um mal grad ein paar Punkte zu sammeln. Ah! Da gab's noch einen kleinen Schleichweg dahin. Bis bald sind wir beim nächsten Level. Cool. Da oben ist noch was. Wooh! Warum muss ich hier das Wort Panik machen? Mache die Maschinen für mich. Ich geh jetzt erstmal so hier durch. Ach du liebes Lieschen. Na toll. Ich hoffe, hier komm ich schnell durch. Ja sicher, ist schon geschafft. Das ist ja da noch jetzt gar nicht so schwer gewesen, oder? Aber wir gucken mal, was es hier noch gibt. Da oben käme ich auf jeden Fall raus. Da unten ist noch was. Wer weiß, wo mich das hinführt. Wo war dein Geist? Ah, hier gibt es nur ein kleines Artefakt. Ein Fragment, kein Artefakt. Na gut. Das ist jetzt dann klar. Ach guck mal, hier kommen wir auch direkt durch. Ach du Schande. Was für lange Worte. Äh, okay. Ich dachte jetzt ginge es hier weiter. Also okay, ich war jetzt links. Ich war unten. Hä? Hä? Wo muss ich denn jetzt hier lang? Ah, okay. Oder nicht, okay. Weiß es nicht. Hä? Das wäre ja auch zu einfach gewesen, oder? Oh, jetzt habe ich mich selber gefangen. Das bringt nichts. Das war jetzt auch nicht so schwer, ne? Sie sah schimmernd in sich. So, in der nächsten Folge gucken wir, wie es hier weitergeht. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen.